Es ist unheimlich wichtig, junge Leute anzusprechen für einen an sich sehr schönen Beruf, der sehr handwerklich angehaucht ist, das Ganze gepaart mit modernen Maschinen, mit modernen Technologien, jungen Leuten das Ganze näher zu bringen und natürlich, damit wir hier in der Firma frischen Nachwuchs haben, motivierten Nachwuchs haben, das sehe ich als Hauptaufgabe. Wer das Abwechslungsreich liebt, sei es von der Elektrik, Mechatronik, Schweißerei, Kanterei, der ist bei uns genau richtig aufgehoben. Und das ist, glaube ich, unser großes Plus und dass wir als Gruppe fungieren, die Größe auch haben, größere Projekte mit abzudecken. Wir wollen Entwicklungspartner sein. Wir sind der Experte im Blech. Wir wissen, wie Blechverkleidung für Maschinen aussehen. Deswegen steigen wir nach dem Design ein und machen aus den Designvorschlägen entsprechende Brechkonstruktionen. Ich habe hier als Kanter angefangen, habe mich dann weiter, Arbeitsvorbereitung, Kalkulation bis hin jetzt zum Vertriebsleiter entwickelt. Das Potenzial ist da. Die Bader-Gruppe ist jetzt kein riesengroßes Industrieunternehmen, wo man nur eine Nummer ist, sondern hier wird individuell auf einmal eingegangen. Und wenn man das möchte und sich entwickeln möchte, dann wird einem hier die Möglichkeit gegeben. Wir haben eigentlich die letzten Jahre hier stetig alles gesteigert. Ich finde, wir haben alle miteinander einen sehr guten Umgang. Es gibt viel Spaß. Es gibt viel zu lachen. Das muss ich so sagen. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen und es ist einfach nicht langweilig. Tolle Sache. Diese Kultur und dieses Spirit, dass die Leute mit reinbringen, das ist das, was mir richtig Freude macht. Das ist mein Antrieb. Ich gehe hier rein und mit Leidenschaft und mit Herz und das ist das, was mich wirklich antreibt. Diese Menschen, die alle ihr Bestes geben und alles einbringen, was sie zu bieten haben, um dann daraus ein funktionierendes Programm zu machen. Man hat wirklich jeden Tag die Ambition, die Kollegen wiederzusehen und mit denen zusammenzuarbeiten. Das gefällt mir. Also das ist wirklich eine tolle Sache.